ja hallo liebe filmfreunde und filmfreaks da draußen herzlich willkommen auf meinem kanal christians filmpalast heute geht es um ein weiteres unboxing video und ich muss ehrlich sagen ich hätte nie gedacht dass ich mal media books so scheiße günstig so krass günstig bekommen heute geht es um das media book von wächter der nacht ja hatte ich bei d&t mail order bestellt also ob jetzt mir ob ihr mir das glaubt oder nicht aber ganz ehrlich ich habe dieses media book wirklich für 12 euro 99 bekommen und ganz ehrlich günstiger kann man definitiven media book echt nicht bekommen ich habe hier die cover a variante es gibt noch zwei andere cover varianten wie gesagt ich hab halt hier cover a es gibt dann noch die cover b variante und die cover c variante ich werde jetzt mal beide einblenden da haben wir jetzt hier einmal cover b und dann haben wir hier cover c ja die anderen beiden cover varianten haben mir jetzt persönlich nicht so stark zugesagt mein fokus war natürlich gleich hier bei cover a alleine schon wegen dem artwork und so wie das hier mit der brille so gemacht wurde absolut geil ja zum film ich muss ehrlich sagen ich kann zum film nicht mehr viel sagen es ist schon wirklich einige jahre her wo ich den film das letzte mal gesehen habe und den ersten teil ich muss ehrlich sagen beim ersten teil ich habe wirklich mühen und not gebraucht um den film zu verstehen es ist schwierig zu verstehen sagen wir es mal so also man muss wirklich gut aufpassen also nehmen wir mit dem handy spielen oder sonst irgendwas vergesst es nein aufpassen sonst rafft man nichts im grunde geht es ganz einfach darum dass die mächte der die mächte der finsternis und die mächte des lichts seit jahren einen eine unerbittliche schlacht führen oder einen krieg kann man auch sagen und das bisher ohne sieger hervorgegangen ist und dann wurde ein waffenstillstand hervorgerufen aber dieser waffenstillstand ist dann halt in gefahr naja gut mehr will ich jetzt aber auch nicht sagen muss auch sagen es ist auch ein bisschen schwierig zu erklären wie gesagt ich habe hier dieses schöne media book und ich muss ehrlich sagen ich wusste gar nicht dass es diesen film in dem media book gibt ich habe es nur durch ganz dummen zufell mal erfahren dann habe ich mich auf die habe ich mal geguckt wie es so momentan gehandelt wird hatte auch schon einige unboxing videos gesehen aber halt von anderen cover motiven von diesem film und ja ein anderer youtube kollege hatte dann auch jetzt stellt auch immer regelmäßig so dvd news vor oder blue news was so im angebot ist oder was als nächstes erscheint das ist der gute movie lu könnt ihr gerne mal vorbeischauen finde seine videos auch sehr sehr gut sehr sehr ansprechend auf jeden fall grüße gehen raus am movie lu falls du dieses video hier sehen solltest und ja der hatte das dann auch gezeigt dass es bei amazon dieses media book für 17 99 gab und da dachte ich mir so okay gut ja ich war jetzt eher von dem unboxing weniger so ein bisschen angetan aber hatte es dann durch dummen zufell bei d&t mehr oder wieder gefunden und dann für den preis für 12 99 da dachte ich mir so okay scheiß drauf jetzt schlage ich zu naja gut schauen wir uns das gute stück jetzt mal an also wie gesagt ich habe hier die cover a variante media book eher matt gehalten man hat jetzt hier auch auf spotlock und so verzichtet aber trotzdem ein sehr sehr scharfes bild wie ich finde so dann kommen wir hier zum spain das logo von nsm records und dann haben wir hier die das blue logo wächter der nacht hervorgerufen hier ist natürlich ein russischer film falls ich das vergessen habe falls ich das vergessen hatte zu sagen so das teil ist limitiert auf 220 222 stück ich habe die nummer 94 dann haben wir hier die inhaltsangabe einfach mal kurz auf pause drücken mal durchlesen und auch einige bilder zum film finde ich richtig klasse und dann haben wir hier die technischen daten directors cut enthalten was ich jetzt ein bisschen komisch finde muss ich ehrlich sagen dass der directors cut warum ist er auf der dvd und nicht auf der blu-ray verstehe ich jetzt zwar nicht so aber naja egal directors cut definitiv hier mit enthalten und ja ich würde sagen wir gucken uns jetzt das gute stück jetzt mal von innen drin und ja da haben wir hier gleich die blue version also auch ein sehr sehr schönes artwork gefällt mir sehr sehr gut natürlich auch hier ein innendruck finde ich richtig klasse gefällt mir sehr gut finde ich schon mal schön also nsm records muss ich ehrlich sagen die media books finde ich sowieso schön und ja auch wieder gut text mit dabei gut bildmaterial sehr schön gemacht sehr schön verarbeitet wieder absolute klasse und die bilder wieder wirklich gestochen scharf wirklich wieder sehr gut text mit dabei kann man nicht anders sagen also gut information werde ich mir auf jeden fall durchlesen so und dann haben wir hier die dvd version auch sehr sehr schönes artwork finde ich ja und dann haben wir hier auch ein innendruck spinnig oder sind das jetzt ist ein komplett bild es ist ein komplettes bild oder sind es sind zweimal die gleichen bilder oder es sieht so aus als ob es zweimal die gleichen bilder sind ja gut hätte man besser machen können aber ich muss jetzt so im endeffekt wirklich sagen für den preis stört mich dass er weniger wirklich absolutes schnäppchen was ich hier gemacht habe ich finde es mir auch trotzdem sehr sehr schön und ja den zweiten teil von der reihe habe ich natürlich auch werde ich auch an boxen gar keine frage lasst einfach mal ein abo da und so werdet ihr auch dann benachrichtigt wenn neue videos hier hoch kommen ich hoffe euch hat dieses video gefallen schreibt es einfach mal in die kommentare rein ich wünsche euch noch einen schönen tag und wir sehen uns beim nächsten video hier wieder bis dahin ciao ciao